Meine lieben Manni am Start hier, neues Röntgen to the moon. Ja, hoffen wir mal, was kommt. Kaufen wir wieder den Zufallskauf hier. Wie läuft hier was, ey? Mein Gott, ey. Komm, noch einer geht, wäre gut. Ach, komm. So, Leute, bevor ich die Spiele jetzt starte, geht mal runter in die Kommentare, checkt mal meinen neuen Spielhallenkanal ab. Den Link, der fliegt da unten auf jeden Fall rum in den Kommentaren. Einmal durchscrollen, das seht ihr sofort. Lasst mal ein Abo da, aktiviert die Glocke. Ja, Mann, für alle, die Bock haben, noch auf die Spielhallenvideos und so weiter und so fort. Casinos und so weiter. Weil das hier wird jetzt mehr oder weniger der Online-Casino-Channel. Und, ähm, ja, Mann. Komm, Kalla, tu mal, trägt zwei, drei Stück auf einmal jetzt. Ja, und der Link hier, wo ich, äh, online peitsche, WhatsApp-Gruppe ist auch unten in den Kommentaren am rumflattern. Aber das werdet ihr schon sehen, wie gesagt. So, hast du nur zwei Dinger kommen, die roten Dinger da raus, als wenn das nix wäre. Zweimal hintereinander. Komm, noch eine. Ach, komm. Okay, das ist gut. Können wir vielleicht noch ein paar Mäuse klar machen. Was ist das denn, hier ohne Euro, oder was? Nee. Okay, können wir noch mit leben. Ja, Witze machen. Die Wilds müssen einfach schneller einlaufen. Mann, dann hast du hier natürlich auch eine ganz gute Chance. Ähm. Okay. Zwölf Games gehen immer noch klar. Komm, ersten zwei, drei, drehst du direkt drei Dinger da hin. Mach mal kein Geier hier. Okay. Okay. Komm, doch. Das Gute ist ja echt, wenn hier so ein Wild kommt, dass man nochmal ein Freispiel dazu bekommt, ne. Komm, mal. Sonst bräuchst du ja hier mega, mega schnell die ganzen Wilds. Dann hast du ja so gut wie gar keine Chance. Komm, zwei Stück noch. Wir sind auf der Top. Und Mowgli hier. Nächster Spin kommt der. Jetzt oder nie. Schweine und nie. Mit drei Dinger kannst du nichts reißen, das ist das Problem. Da muss ein bisschen mehr passieren. Ja, da kann man jetzt nur hoffen, dass in der nächsten Runde irgendwie was jotes passiert. Ich kaufe immer ein Mystery, ich weiß gar nicht warum, aber keine Ahnung. Überraschungseffekt. Super Überraschung, acht Spiele, echt super. Komm, direkt nochmal zwei. Ja, sehr gut. Mach direkt nochmal zwei, was? Dann haben wir alles hier, was wir brauchen. Wenn jetzt wenigstens zumindest noch eins kommen würde, ne? Dann könnten wir hier echt wirklich noch was reißen, Mann. Jedes Mal fliegen die Bananenköpfe da vorbei, Mann. So, okay. Das ist doch, glaube ich, 400. Wenn ich mich nicht irre. Ja, Mann. Sauber. Jetzt komm der Rote, das wär gut. Ach, komm. Komm. Ach, komm. Okay, komm, ich bin zufrieden. Ich konnte den Arsch ja nochmal einigermaßen retten. Jetzt müsste eigentlich einfach mal eine Runde kommen, wo es scheppert, ey. Oh, nein, Mann. Mach doch nicht schon wieder so ein Käse hier, ey. Wie soll es denn da scheppern, Mann? Wie soll es denn da sein? Dann hat es noch ein bisschen die Schlinge hier vom Hals gepfeffert, aber so, ey. Boah. Da kriegst du ja echt dicke Eier, Mann. lustig die ganze aufsparen kommen man da kann man nicht schon wieder acht kommen nicht mies 109 mücken plus 14 spiele kommen jetzt oder nie vom start der war echt so nur jetzt oder nie chance sie ja 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 bis spiel 10 müssen wir das vierte dinge haben sonst weiß ich nicht alles diese scheißel ja 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 diese rote figur hier diese rote mars menschen das ist wie von frofos kinder quark früher keine ahnung diese spielfigur da die ganze zeit im kopf gehabt woher ich dieses scheiß ding kenne man komm noch ein ding dann nur die scheiß symbole hier man dann mal so überlegt um deine kohle zurück zu kommen bekommen brauchst du ja schon mindestens vier dinge kommen grün ach komm jetzt doch die figuren da man sieht da jetzt haben wir knapp 500 du brauchst ja schon vier stück auf anhieb damit du auf jeden fall dein geld zurück bekommst ich kauf direkt die dinge was soll der schwach sein aber wir brauchen wir brauchen jetzt auf jeden fall dicke granate jetzt wird da sowieso nichts komm noch einmal dauert alles viel zu lang das ist das problem ja 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 das macht nochmal hoffnung komm jetzt noch einen dazu ok 120 people Komm jetzt gönnen, Junge. Ja man, sauber, wichtig. Jetzt komm Junge, gib die grünen Dinge oder was weiß ich, irgendwas fett ist. Jetzt haben wir noch mal Hoffnung hier. Ach komm, warum gehen die denn da durch? Aber gut, jetzt haben wir eigentlich jeden Win so ungefähr 100 Mäuse. Komm, das eine Ding geht noch. Okay, das geht auch noch. Ja, die Chancen sind da. Aber jetzt brauchen wir natürlich auch mal so Hardcore Symbole, die auch dann zwiebeln hier. Okay, ja, gut. Okay, okay, okay. Das ist schon mal gut. Da haben wir nämlich auch einige Vollreihen dabei. Okay, okay, okay. Ja, sehr schön. Okay, 500 Fett sauber. Wir haben noch mal den Arsch gerettet hier, korrekt. Das war sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Ja gut Leute, damit machen wir den Part auch dicht hier. Und denkt dran, den neuen Kanal zu abonnieren unten drin. Und wer wissen will, wo ich online peitsche, WhatsApp-Gruppe ist auch unten drin. Mann, checkt ab mal beides ab. Und aktiviert die Glocke und abonniert den Kanal, Mann. In dem Sinne, korrekt, neuer Part kommt. sind ja auch da, und salon werden über 98 gekommen. Und das alles, was du willst mit stimmald? haben wir anschließend. Can und das auch, was wir Matsch dessen war.